Passen da alle drauf? Ah, locker. Es sind zwölf Gäste. Wie wollen die da Gewinn machen? Mit 1250 pro Kopf. Futtern wir da eine Rolex? Einer seiner Klassiker. Du brauchst das Mundgefühl der Mignonette. Bitte sag nicht Mundgefühl. Dieser Abend wird der Wahnsinn. Willkommen. Wir setzen alles daran, Ihnen einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Willkommen auf Hawthorne. Hier sind wir eine Familie. Ja, Chef! Wir ernten, wir fermentieren, wir gelieren. Genieren? Wir gelieren. Er ist nicht nur ein Koch, er ist ein Geschichtenerzähler. Das Spiel ist zu erraten, welches Überthema das gesamte Menü wohl haben wird. Erfährt man erst am Schluss. Wer sind Sie? Ich. Ich bin Margot. Was interessiert Sie das? Ich muss wissen, sitzen Sie bei uns oder bei denen? Dieses Menü. Die Bilder darauf sind von uns. Diese Gästeliste. Woher haben die die? Ist nicht gut. Dieser ganze Abend. Was läuft hier für eine Scheiße? Das ist nur Theater. Bühnenzauber. Wir gehen jetzt. Folgt einer peinlich genauen Planung. Das ist echt, Alter. Was läuft hier für eine Scheiße? Sie erhalten einen Vorsprung von 45 Sekunden. Okay. Die 45 Sekunden starten jetzt. Dafür haben Sie bezahlt. Lassen Sie mich vorbei. Das war nur Teil des Menüs. Alles gut. Nein, wir werden heute Nacht sterben. Wir sterben, ja. Happy Birthday to you. Ihr habt Ihnen gesagt, dass ich Geburtstag habe? Schien mir vor drei Stunden noch lustig. Das war's. Willkommen zu resurrezchen. Das war's. Alles gut.